Mein Bruder ist hier. Mach schon. Ich freut euch da jetzt bloß nicht zwischenfunken und den Rest. Danke Kurti. Ich hätt' am Arsch. Boah, ich bin schon wieder so müde denn. Einmal im Spiegel gucken, dann bist du wieder wach. Ah, wer ist das? Wär sehr, sehr gespannt. Leute, ihr könnt vier Ziele auf einmal einnehmen. Da sind sie schon mal. Sind das krass? Das ist ein dummer Panzer. Die durften eine halbe Minute eher anfangen, als wir. Ich glaube auch, ja. Das Fahrzeug fährt auch raus, das Fahrzeug scheißt auf alles. Das fickt trotzdem mal alle weg, Mann. Diese Ziele sofort ein! Ich will nicht mal ein Gegner rumlaufen. Komm zu rennen. Ja, eine. Da rennt eine raus, Mann. 108 Schaden. Jetzt war's gut für der Dragon. Aber sowas darf ich sagen. Warte mal, warum zu jumpen, du Scheiß-Fort als Spieler, ey! Mann! Kommt überhaupt irgendjemand mit von den Scheiß-Blauen hier? Warte mal, warum zu jumpen, du Scheiß-Fort als Spieler, ey! Mann! Warte mal, warum zu jumpen, du Scheiß-Fort als Spieler, ey! Mann! Du willst heute gar nicht zocken! Das sind bei dir, Soldat! Und doch, machst du's wieder! Na, wer ihr zocken wollt? Ich muss es nicht, ey! Wenn wir läuft, dann auch nicht besser. Nö! Wenn es da wenig laufen würde! Oh, Mann, sie liegen da oben, ey! Läuft er nach hier? Oh, gestern hat es auch keinen Spaß gemacht! Ach, Digga, ja, sorry! Digga! Die stehen da drin, ey! Mann, ey! Mach Nebel, mach Nebel, Digga! Ey! Bis dran brenne ich jetzt! Ich doch... Nein! Ist denn da schon der von der Box? Ist denn da schon der von der Box? Bäm! Ja, ja! Ich schaffst du zu rechts! Also, langsam hab ich keinen Bock mehr, ehrlich! Jetzt ist... Ich bin gleich raus! Wow! Kommt der Panzer jetzt her! Hm, scheiße! Pass auf! Na ja, licht einer mit dem MG schon wieder rum! Das ist ja nicht, warum ich keine Granate kriege, Mann! Tausendmarschur-Munition aufgesammelt, aber keine scheiß Granate! Wir werden dann automatisch sein, mit Shady White! Wohm, 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 Wohm! 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 Mann, von wo denn, Mann! Ah, Mann! Ah, Mann! Ich hab den Hedgehard bei ihm! Ich hab ihn in den Arm reingeschossen oder in die Schulter oder so! Oh, ich weiß es nicht! Alles klar, Alter! Da kommen sehr viele von rechts auf, ja? Ey, die sind da nur am chillen, Mann! Ey, das ist ein Quatsch, ist das, Mann! Die liegen da rum, ey! Das ist die schlimmste Map, ist das! Wird nur rumgechillt, Mann! Digga, er liegt vor dir, Alter! Raffst du das nicht? Ach, Mann! Wir haben nur sieben Schläfer hier in dem ganzen Team, Alter! Die Drilling muss, die Drilling muss wieder raus, ne? Ach, Mann, ey! Dann noch der schlimmste Modus im ganz Battlefield, Mann! Der schlimmste Modus ist Eroberung, Mann! Du kannst den Scheiß nicht zocken! Nur gecamptet! Nur gecamptet! Ich weiß nicht, wie ich mich hier treffen kann! Was machst du hier? Vorsicht, da ist Gefahr! Oh, danke! Ey, ne! Ich bin gleich raus, Digga! Ich hab die Schnauze so voll! Da drüben! Liegt der nächste unterm Flugzeug drunter! Mein Bruder ist hier! Wo stehst du da hin? Nein! Ah! Alter, was macht der Teammate hier, Mann! Und das ist nicht gut, das ist nicht gut! Mensch! Der kann mich durch alles hindurchsingen! Und ich kann nicht da drüber jumpen! Warum?! Du dummer Wurensohn! Erstens, ich kann nicht da drüber jumpen! Und zweitens, siehst du ein Scheiß-Fesen neben mir! Wie lang... Wie viel Panzer gibt's denn hier eigentlich noch auf dieser Scheiß-Map? Mann, hier sind nur Fahrzeuge! Mann! Es gibt doch keine Heilung hier von dem Blauen! Ey! Nur Fahrzeuge, Mann! Was soll ich denn machen, Alter? Ich bin alleine bei C! Ich kann mir die nicht spawnen! Äh, ne! Ich bin grad tot! Mann, bitte! Mach die Runde nicht mit sein, ne! Definitiv nicht, ey! Ach, Mann! Mit der MP40, Mann! Ja, na klar! Ach, Digga! Hör doch auf, wenn du nicht snipen kannst, ey! Hier, hau rein! Kannst es nicht, lass es! Mann, wir können auch nirgendwo spawnen, wo es Sinn macht, Mann! Es ist immer nur außerhalb irgendwo, weil wir nicht an die Scheiß-Punkte rankommen, Mann! Panzer? Ach, Mann! Ihr rennt doch einfach hin und retzend! Guck nicht, ob da Gegner sind, Mann! Digga! Halt doch mal ruhig, weil sonst... Ich kann mich auch so nichts treffen, Mann! Ich seh den Dings nicht! Komm schon, Digga! Bleib ruhig, bleib ruhig, komm mal! Biduig dich, Biduig dich, Biduig dich, Biduig dich, Biduig dich, Biduig dich, Biduig dich! Sonst wirst du nie was treffen, wenn du dich nicht genug bist! Ey, Mensch, jetzt einmal noch hier... Verrigg' hier mit dem dummen Scheiß, Mensch, weg! Oh, ich muss in der Necke, Digga! Oh, ich bin im Gang hinten! Oh, ich werd abgeaimt, lass mal! Hier sind so viele Leute! Snipe deine da hinten meine Richtung! Ach, hinter dir! Komm! Hier sind 3 oder 4 Leute oder so, ich weiß es nicht! Oh, fuck! Digga! Sei doch kein Selbstmordretzer, Mann! Er ist ein absoluter Selbstmordretzer! Oh, ich weiß nicht! Okay! Scheiß auf Zer, ja! Nur Mut! Bleib doch was der kommt! Stilga! Verrreckt doch, Junge! Da ist noch mehr! Sniper irgendwo hinter uns! Ich hab wieder kein Visier drauf! Wir sehen ihn nicht, ey! Ich hasse es! Der Smokest in dir, Digga! Ganz ehrlich! Der macht es nicht ganz leicht! Oh, meiner! Oh, hier ist noch einer! Ist noch einer! Ist noch einer gewesen? Ah! Nein! Na, da steht aber noch einer! Ach, ja! Oh! Oh! Hier, für dich! Du möchtest auch nicht einfach! Ja! Da läuft er nicht! Ja! 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 Da ist ja nichts! Da ist ja nichts! Oder? Hier, hab ihn! Schon wieder ganz schlimm gekämpft hier gerade! Ja! Ja! Ich mach ihn wahrscheinlich so wenig Schaden mit der Sender! Bitte! Hör auf, Alter! Warnung an alle! Wir haben viele Leben verloren! Seht euch das an! Gefährdung, Junge! Ey! Ich schätze jetzt unserem Spawn beschossen! Ey! Das kann nicht sein! Fick dich das kippen, Mann! Richtig, nix! Mach's aus, Digga! Sind da uns schon wieder? Oh, ne! Wo sind denn die noch? Wo sind denn die überall, Mann? Die längst von dir, pass auf. Alter Mann! Es hat noch 1 Prozent, Mann! Ich bin schon wieder zum Kotzen, ey. Du, der Oben ist voll Idiot. Ich hab ja auch wieder einen Ping ohne Ende. Mh, dein Turm geht auch gerade runter. Er sitzt da! Links! Hex, Digga! Natürlich, der Hex! Natürlich! Wo ist der Tussi? Ist er noch da? Ach, Alter, ey. Ist er noch da, Tussi? Er sitzt da wieder. Der MP40 sitzt im Eck. Digga! Traurig! Das reicht schon, wenn die Hex-Leute rumsitzen. Reicht das schon. Das sind irgendwo noch welche bei C. Da hinten! Da hinten! Oh Mann, ey, diese Scheiß-Extreme! Die hocken auf in jeder Ecke. Ach, egal! Kommt's auch nicht weg! Mann, ey! Ich komm's gleich, ey! Was ist denn da so eine Scheiße? Wieder! Da hinten ist einer. Wo hast du denn? Das tut durch. Kommt rein! Hm. Oh, hinter uns, oder was? Gott! Wir sehen nicht. Er sitzt irgendwo. Ich weiß es nicht. Ich seh ihn nicht! Auf dem Dach drauf, Mann. Ich weiß es nicht, Mann. Traurig! Wir haben hier Friedrich erobert. Warte mal. Tut es weh noch heute noch, oder muss ich aufs morgen wachten? Oben ist einer drauf auf dem Dach. Da drüben! Verdammt gefährlich! Ist tot. Ach ja, ZK, Mann! Dreckswaffe! Mann! Es laggt! Es laggt! Es laggt! Warte um! Ich hab'n 15er ping! Es laggt! Es laggt! Danke, Dice. Geil. Drei Sannis. Keiner holt mich. Vielen Dank. Wir wollen diesen Sniper. Oh, ey. Oh, es laggt übel rein. Es laggt echt extrem gerade, ey. Oh, Junge, was ist das? Ist das Server, oder was? Oh, es ist laggt, Digga. Hm. Seht ihr das? Verdammt gefährlich! Aber bei den anderen Leuten weckt es nicht? Natürlich nicht. Beim Gegnerteam sowieso nicht. Eh, Mann, nee. Ich hab' die Schnauze voll! Boah. Ich krieg'n Headshot gleich hinter dir, Carsten. Gibt mich nicht. Tarnumhang. Von ist medik. Von ist medik. Von ist medik. Drei, vier Leute, oder so. Drei, vier Leute, oder so. Drei, vier Leute, oder so. Ach, warum? Ja. Das war's. Ja, der wird tötet jetzt hier. Ja. Er tötet alles mit seiner MP40. Er tötet alles hinter dir Tosti. hinterm Felsen. Ja, schon wieder zwei Leute, Mann. Hör auf! Die Runde will auch nicht vorbeigehen, Mann. Alter, ist das jetzt bei euch auch noch so schlimm wieder? Hm. Hm. Ja, das... Die Runde will auch einfach nicht vorbeigehen. Von rechts. Liebesgern. Geil. Vier Sannis. Mal gucken, was passiert. Okay. Einer ist tot. Jetzt sind's nochmal vier. Einer tot. Einen Meter. Junge. Oh, wo ist die? Oh, wo ist die? Oh, hier. Ah. Perfekt. Für dich. Geil, komm. Zurück, da ja. Die Blau, ey. Das ist so. Das ist ein Kot. Einen, das ist zum Kotzen. Ich hock auch in jeder Ecke. Rechts von Eda ist ein rumgefick da hinten, ey. Ich steh da schon mit drei Snipern auf einer Position rum. Und jetzt auch. Oh, du bist so ähnlich. Oh. Hey. Oh, die sind ja alle rechts. Ach, ich hau doch ab, ey. Du bist so. Du bist so. Ja, ich bin nicht mehr angehört. Warum nicht? Macht ja so viel mehr Spaß. Ja, nee, trennen die AP-Minus. ich muss gleich jetzt mal meinen server neu starten ich wollte gerade sagen ist das dein server cooles atmen man bei mir lag es aber auch cooles leise mitarbeiter ist das ein gelänge man nicht mehr feierlich einmal heute einmal du klaus artillerie angriffe ja ist einmal ganz ruhig das vergesse ich nie ja natürlich du hundes sohn wir sind noch nicht hinten leute ich kann ihn nicht treffen ich kann ihn nicht treffen hier steht ein spawn oh alter diese lags ey was ist das hier muss man vernünftig sie sich hier drauf ach da steht ein panzer hinten mann wie viele fahrzeuge hat die scheiß map eigentlich 100 zwei weniger kann doch nicht sein ich sehe hier nur fahrzeuge wo geht denn hier hin 100 kilometer weg mindestens 200 sein zeit auf dem himmel leckt Ich werde von hinten alles schauen, oder? Mhm, irgendwo in den Bergen. Da. Tut mir leid, Bruder, dass du... Wann glauben musstest? Wow. Und schieße auch nicht zurück. Die Türen. Ach, Alter. Alter, ich spring irgendwo runter, das Bild hängt sich halb auf. Ja. Ach, Digga, hör. Hör da auf, ja, ja, die P08, die E1 hittet mich. Das ist, ist toll. Ist da noch einer? Ist vor mir, liegt vor mir dieser scheiß Sniper. Tod, die Forza. Ah, hab ich den gekillt. Tod, die Forza. Ja, STG Einzelfeuer, du scheiß Sniper. Kannst nichts machen, ne? Idiot. Oh, von vorne wieder, Spike. Er steht da oben, schön auf dem Ding. Ich hab... Hast du den? Nee, ist da noch mehr. TVS. Mann, ey, mir werden ständig die Kids geklaut, ey. Das ist zum Kotzen. Hier hinten ist einer. Es leck, Digga. Es leck. Man, diese scheiß Arterien... Es leck. Alter, wie oft sollst du noch von Arterien getroffen werden? Digga. Irgendwo rechts oben liegt auf einer, ich weiß nicht. Was soll ich tun? Ich kann ihn nicht hitten. Vor mir, vor mir snipet der. Vor mir ist der. Ich kann ihn nicht hitten, weil es immer leckt. Die ganze Zeit, wenn ich schießen will. Da bist du ja wieder. Es ist so traurig, Mann. Trupp-Kill-Hilfe, das müsste der... Mann! Da stand Trupp-Kill-Hilfe, Mann! Ich soll's da ausmachen, ey. Stand Trupp-Kill-Hilfe, Mann. Es hat doch die ganze Zeit nicht geleckt, jetzt. Es hat die ganze Zeit nicht geleckt. Du weißt. Flips-Vortretz. Ja, Bruder. Hinter mir. Ein Fahrzeug hinter mir. Komm her auf. Es bringt nix, Mann. Wo kommt das her? Ey, eben gerade war das noch unser Fahrzeug, Mann. Bleib liegen, Pardo. Ich bin schon wieder beliebter Typ. Typ, das ist ganz cool. Ich kann keinen rausgehen. Warum kann ich den nicht hitten, Digga? Mach doch nicht den Zickzack-Move, Mann. Ja, danke fürs Klauen! Laufs Balki rechts. Die sitzen überall die Missgebote, nee. Du musst weiterkämpfen, Soldat. Wie weit muss ich denn noch vorziehen, Digga? Wo seid ihr damit, Mann? Fick nicht, da ist er. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Warte mal. Hätte ich Glück nicht mal angezeigt. Was? Ich weiß nicht, von wo die schon wieder snipen, Mann. Ich weiß es auch nicht. Ey. Gute Arbeit. Ziel Anton eingenommen. Bitte von... Oh, Mann. Get out, Junge. Junge, wenn du aufstehst, dann könntest du Leute reanimieren. Wäre hilfreich. Ja, doch. Oh, Mann, Alter. Sie liegen alle out of map rum. Mann, das gibt's nicht! Du brauchst mich nicht holen. Die nehmen mich hier ab. Die sind Spawnerinnen. Ich bin schon längst drin, Mann. Ich bin schon längst drin, Mann. Ich bin schon längst drin, Mann. Ja, ja. Die scheiß Granat ist auch jedes Mal ein One-Hit. Ich bin schon seit einer Stunde im Hangar, Mann. Ach, nein. Mann, das gibt's doch nicht! Ey, ich hab' vielleicht keinen Bock mehr. Mann, lass doch schon wieder was zu kratzen, hier. Was zu leer. Einer. Um auf den Turm. Ich hab' den noch gehittet, aber... 108 Schaden. 108. Der wird auch wieder eingenommen. Auf 11 stehen im Panzer. Ach, ja... Wir haben den Friedrich verloren. Wie bewegt denn ihr euch, oder? Ja, ein Movement wie Bots, Alter. Movement wie ein Bot. und du kannst von meiner leiche aus hinter dir hinter der senke tost die v1 holt ihn auch schnell polizei jungen mann das ganze game es ist tot das ganze game hat gelegt jetzt wegen der scheiß v1 ich weiß nicht wie viele kills das waren battlefield hat meine play sie kaputt gemacht ich werde von hinten angehitten battlefield hat meine konsole zerstört ich sterb wieder weil ich scheiß artillerie ruf mann ich hasse diese scheiße immer sterbe ich bei dem dreck ich habe ihn ich habe ihn hallo spiel diese scheiß gelege mann es regt mich so auf ihr könnt es euch nicht vorstellen er liegt hier alle sind am laufen nur ehrlich man hier liegt ja ich weiß nicht wie der tiger mich sehen kann ich weiß ich liegt hinter dem haus er schießt random rein und tötet mich op wie sau die fahrzeuge in dem game schüttel schöne lange runde mann ist ja mal ein cooles feature oder wenn man irgendwelchen spielern daumen hoch oder runter geben könnte und die das dann sehen so Wie schlecht dieser V-Logs. Weil wir halt einfach krass gespielt haben. Selbstmordretze. Oh, da hat er gut Kids gemacht. Da hat er selbstmordgerätzt, da hat er gut Kids gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020